hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück ja du scheinst motiviert bei der sache zu sein natürlich gut ja die haben leute die draußen warten die sterben alle nur wegen dir du bastard ich glaube nicht viel oder glaube ich müsste ich dafür halt mal kurz kannst beim kleinen da vorne naja da ist einer ja ich bin auch schon wieder ja warte ich muss ok und so macht man das das ist ja auch daneben geworfen ich töte den da gut hier ist niemand mehr also legen wir los töten wir die ganzen schweine hier hier hast du geschwänzt was nein oh verdammt ja mitten in einem kampf das ist immer super der haste die fenster geister der sieht gut aus muss man sagen ich fand sein outfit toll hat sich gut angepasst ich denk mal mein zeichen und durchnehmen verdammten glut benutzen wer sich wundert warum er nicht so viel blut in seinem inventar hat ich habe ihm vor der aufnahme noch was gelogen ne es war da warum hat er auch ein langschwert ja weil ich meins verkauft habe hm war das eigentlich in der aufnahme nein verdammt dann kann ich keinen kommentar schreiben hey du luke da sein langschwert verkauft nein leider nicht leider für dich lass sie da vorne doch mal in ruhe man wollen wir sie wirklich in ruhe lassen ja zieht nur haltbarkeit ja es gibt seelen du weißt das zeug was hier lebensnotwendig ist und hoffentlich kommt jetzt kein fenster geist blöder scheiß fenster geist ok ok jetzt im moment soll ich meine seelen nehmen vorsicht die macht verfolgung ne ich weiß bevor du wieder überrascht wirst ja sagt er uns wurde fast selbst getroffen so die hat keine chance ah oh ah 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 vor vorhörten waren hier viel mehr Sachen die getropped sind ah ah scheiß fenster geist fenster geist fiktisch fiktisch hart ich muss mich mal kurz heilen ne ne lass den Gegner guck mal wo? achso ich muss mich heilen wie gesagt kein problem die sind eigentlich ganz leicht oder nicht naja aber ich will kein risiko eingehen jetzt einfach rauf zu gehen gut hm sorry hier drüben war doch ein starker hast du mal gesagt also so ein kleiner der stark war ja der mehr ausgehalten hat gut wo und hier drüben waren noch gut wenn man weiß wo die hocken ist das kein keine herausforderung und hier ist eine Tür ah ja aber wir wollen ja nicht dadurch wir wollen ja zum anderen gehen ich wollte nur mal gehen den starken kämpfen da muss ich meinen Bogen ja nicht rausholen nein nicht auf meine Fackel so Anna wo willst du denn hin? die sonst immer runterspringen ich weiß jetzt wo die hocken ah klever klever ein klevianer ach verdammt ich habe aus Versehen ist glaube ich nicht so sicher darunter zu spüren oder? ich glaube auch nacht ja kleine titanitsscherbe gut kommst du? hm kommst du ist die frage wie wo ah cheater oder? ich bin da runter gesprungen ich wollte den grad nicht anvisieren ok und runter mit dir die Tür ist offen hast du die Tür aufgemacht? ja gut oder? kann sein ich bin auf jeden ja Telefon ja gut Telefon vorbei ja helfe den da anvisieren danke ja wir kaufen nix ganz einfach übrigens es ist zwar kein NPC der hier? ne ich weiß ach du auch ja das haben wir ja gemerkt das haben wir ja gemerkt naja jetzt fängt sie an auf nicht zu zaubern oh ne peitsche nein ah aus gewissen Spielen bin ich mir ist auf den kleinen reingefallen nein das nicht dafür bin ich zu schlau nein aus gewissen Spielen bin ich mir gewöhnt in kurzen Pausen R zu klicken um eine gewisse Sache zu laden zum Beispiel eine Knarre wenn du verstehst wenn du verstehst und was hast du auf E? Essungsflakons ich hab das auf E ich hab's ja runterfallen lassen gut dann kann man jetzt den Schutzangriff machen ach eh ne das mit dem Schutzangriff irgendwie normal ne ich hab Schaden gemacht nach dem Schutzangriff gut hier haben wir nichts weiter da vorne schmeißt irgendjemand riesige Pfeiler erinnerst du dich? da bin ich gestorben ah finstergeist ähm das ist der kam bei mir aber auch ja genau das ist ein NPC ich hab halt den Charakter bis zu diesem Leuchtfeuer hier gespielt ok sehr gut und jetzt mobben hehehe was? nein nicht heilen er hat sich geheilt nein nicht heilen alter hast du das gesehen? ja nicht heilen hallo geiles Schwert erstens einmal ich glaube ein riesiger Flammenberg oder? warum schmeißt du mich runter? war ich nicht jetzt musst du zum Leuchtfeuer wie furchtbar ne aber ich glaube da oben war doch noch etwas ja ich glaub nicht ich glaub nicht bitte lässt sich nicht von dieser Seite öffnen ich denke mir so und jetzt hier hoch ja weil die Abkürzung genommen ja die war viel abkürziger Abkürzung da siehst du hier große Titanitscherbe echt? nö doch doch nein kann das Pfeiler? ich hätte fast gedacht das wäre Artillerie gewesen also kann man rumkugeln oder so ich glaub den kann man nicht backstabben oder? keine Ahnung ich versuch's mal er hat hinten so ein Schild guck mal also irgendjemand schmeißt mit Riese und hier? ah ja genau Moment warte warte ich hab ich versuch mal was ich hab auch ne Idee Moment äh nein 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 so nein so ich hab auch ne Idee hä? was hast du gemacht? ich? im Moment nichts jetzt ok der ist ziemlich präzise wer schmeißt denn da? ich seh niemanden gut was bringt eine rossige Münze? äh erhöht Tropchancen ok einen Moment so gut wer schmeißt denn da? jetzt mal ernsthaft wo kommen die? warte äh willst du dich heilen? äh guck mal ich hab Gegner angelockt ja das wäre gut so ich hab äh meine Fähigkeit benutzt mich zu heilen warte warte töten wir sie hier nicht im Sperrfeuer ja ja zünd uns auf den Bogen wenn die nicht näher kommen warte wow jawoll der Typ mit der Artillerie der trifft der trifft ich glaube ich äh ich nehme einen Essungsflakons ok bist du bereit? in 3 fern vor oder hast du eine Aufnahmepause gemacht? nein ich habe keine Aufnahmepause gemacht ok oh oh das war knapp daneben oh ich weiß wo der steht sehr schön komm ins Haus komm ins Haus rein ich komme gleich das ist safe gut jetzt also wenn du gleich nach oben gehst guck mal rechts da steht ein riesiger Turm und da oben steht der drauf mit einem Bogen mit einem Bogen? Vorsicht nicht so weit geht ah von dort drüben ja gesehen? äh Moment es ist im Moment zu dunkel ja jesus Moment der Typ da oben ja genau der aber was sind denn das bitte schon für Pfeilen? leider nicht uh gut ähm er hat gar nicht geworfen da geschossen nicht voraus scheinbare Wand wow ich glaube ich werde sterben ich glaube ich werde sterben was meinst du wer ist ein Boss gelobt sei die Sonne einfache Wand voraus ne kurzer Moment ne ich habe keine scheinbare Wand hier ist eine Tür ha ha eine große Sense habe ich erhalten eine große Sense der schießt nicht mehr auf uns dafür habe ich keine Essungsflakons mehr ja da hinten ist ein sehr großer Raum das wird ein Bosskampf sein kannst du links leicht am Nebel vorbeigucken wenn ich die Kamera drehe ja ok soll ich das hier öffnen die Knaller ja der Weg zum Boss ist echt kurz vorm Bonfire dann oder? kann man ja durchwaschen ähm warte ok was haben wir hier alles nix immer da durch ja die Frage ist was erwartet uns hier da sind mir zu Moment ist das ne Nebelwand nein ich sag das ja nicht ja auch schon tausendmal dass da ein Nebel ist ne ich dachte du meinst weiter vorne warte dann muss hier doch irgendwo ein ein Bonfire sein oder nicht nein wir sind hier nicht in Dark Souls 2 hier ist nicht hier vor jedem Boss direkt ein Bonfire doch ok ein bisschen Glute Glutomat Finstergeist weißt du was ich lustig finde was als ich hier war mit dem dritten Charakter waren hier wesentlich mehr Gegner nicht nur ein Hund ok warten wir hier auf dem Finstergeist oder wie oder auf die Priesterin da hinten so ich habe keine Essungsflakke um uns mehr deshalb frage ich ok warte da kommt er ja eh nicht durch siehst du der Scheiß verfolgt mich aus der Aura der bei mir auch gut aber da Fenstergeist wo ist glaube ich da irgendwo gewesen ist glaube ich runtergefallen ne Fenstergeist auf jeden Fall schießt er auf etwas das heißt er kommt von der anderen Seite komm aus dem Abfang ja warte sehen wir ihn von hier er schießt nicht mehr wieder hier ist er schon hier vorne hier im Gang aber ich dachte der Fenstergeist die Fenstergeister werden dann gegriffen von Monstern äh von Fallen schon soweit ich weiß vielleicht zählt das als Falle ich gehe mal vor ok da er kommt rüber er läuft zu dir ja ja er kommt gleich da hoch hallo hier kommt man bei den Speeren ja was ein Noob der Noob wurde so zurückgeschleudert dass es ha guck mal er ist da runtergefallen lauf kleiner lauf komm jihi er ist gleich hier um die Ecke da siehst du da hinter der Wand er kommt gleich hier um die Ecke ja warum will er mich töten ist die Frage er hat sich geheilt verdammt alter ich finde er hat das verdient ja er verneigt sich auch noch verdammt ich finde er hat das verdient muss man jetzt einfach mal so sagen der hat mir eine Glut gekostet komm ich nutze jetzt mal meine Glut am dritten Bonfire ok ich setz mal ein Zeichen äh so meine werftvollen Punkte dieser Bastard ich hatte fast 10.000 hast du eigentlich einen Schlüssel schon? nein ja ich schon oh jetzt habe ich auch wieder all meine Estos finde ich schön so die Brandbomben kann ich ja jetzt mit tun warte ruf mich noch nicht ruf mich noch nicht warum nicht ok vielleicht kannst du mich doch nee nee nein hier war doch noch verstand äh da war gerade etwas da oben ich habe schon ja gesagt deswegen nee 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 kein Problem da oben war gerade ein ja den habe ich bei mir aber schon dauernd ja aber bei mir nicht deshalb hallo hallo ja tschüss ja auf wiedersehen war nett mit dir ja war sehr nett wenn er runterlaufen will halte ich ihn nicht auf ja dann warte ich geh vor ich bleib hier stehen gut ich lauf kurz du willst sie nur anlocken oder willst du einfach ins Haus und dann von da aus nee ich will anlocken und wurden sie getroffen bis jetzt nicht nein aber jetzt jawoll weg na komm doch ey nicht auf uns auf die Gegner bitte wie lustiger ja danke ja er zieht tatsächlich auf sie und wie geht es dir so gut gut zwar nicht die feine englische Art aber gut wieso so wir machen doch nichts eben das ist feige auf der Mauer auf der Lauer sitzt der kleine Mann ok dann lauf 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 ey hier liegen jetzt nutzende items ich gleich aufheben will das muss ich vorhin auch aufheben schnell ins Haus gut die hätten wir erledigt jetzt muss ich die ganzen items aufheben ok ich lenke oben das Feuer auf mich ok hinterm Haus kann man sich auch verstecken so jetzt weiter 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 ja ich sehe hast du denn die Sense gefunden hier oben hier beim Haus ja ich hab der zielt einfach nicht auf mich au ok der hat mich jetzt einmal getroffen au ok der hat ich renne zu zum Haus phew so und jetzt die nächsten items gleich holen ok er will einfach nicht auf mich zielen und dabei leuchte ich so schön manche items liegen echt kacke weißt du das ja ich will die jetzt alle holen mal höh öh meh Ihr seid jetzt auf einer Insel, echt jetzt? Ja. Hier? Ja, der konnte ich nicht holen. Da wollte jemand, dass ich sofort wieder zu... Achtung! Das war knapper, als mir lieb ist. Komm. Komm rein und wir gehen weiter. Äh. Ich hab das immer auf dem Haus noch nicht. Au. Egal, ich hab nur zwei Estos verbraucht. Du musst hier rüberspringen. Das ist so hier. Genau. Und da vorne ist die große Sense. Ah. Was hat die denn für Werte? Vielleicht kann ich die... Große Sense, E und C. Okay, gut. Darf ich mich nicht überzeigen? Vielleicht mal eine Move-Muster hier. Aber das müsste ich dann gucken. Okay, Moment. Wenn ich das, das Breitschwert, wegmache... Gut, gut. So, dann gehen wir weiter. Wir haben schon 26 Minuten. Was fragst du dich? Wir machen dann direkt vor den Bossen-Cut. Äh, ne, ich hab mich gefragt, ob man nur als Host scheinbare Wände aufhauen kann. Aber... Also hier sehe ich immer noch nur der Hund. Oh, ich weiß ab, wann wir Boss-Sälen umtauschen können nach diesem Boss, glaube ich. Ja? Wie kommst du drauf? Ja. Äh, Moment. Wo bist du? Ah, da. Hallo. Die ganze Zeit hinter mir. Ich wollte noch da ein Jahr lang. Ja. Das sieht hier sehr interessant aus. Ja, finde ich auch. Fuck. Fuck. Klick. Ja, wir müssen die mal herlocken. Komm mal mit. Haben wir Fallen? Äh, nö. Ich glaube nicht. Warum? Dann könnten wir Fallen legen. Ah, jetzt fängt er damit an. Ernsthaft? Dann handbombe. Das wird ihr als Feierpisserin nicht viel machen. Äh, 92 Schaden. Geht, ne? Ja. Aber die da sollten sterben. Verdammter Homing-Messile. Lass mich in Ruhe. Nein, nein. Ich kümmere mich um den Hund. He's down. Gut. Das hatten wir. Das ging doch relativ problemlos, ne? Hä? Das ging doch relativ problemlos. So, hier ist wahrscheinlich die Tür. Der Hund. Gut. Was haben wir hier? Äh, nee. Gehen wir erstmal hier. Bist du sicher? Ja. Hier war doch so eine Tür zu so einer Kanalisation, ne? Raten. Die kenne ich noch. Gut, die sind aber kein Problem. Es, hier, äh, hier liegt eine Forstoff auf jeden Fall rum, so. Monster voraus. Äh, und eine Riesenratte. Ja, ich glaub, das war das Monster. Blutwissring, kriegt man. Gut, und was bringt der? Oh, Moment, ich kann kurz nachgucken. Oh. Erhöht Blutresistenz. Kommst du? Ist da die Tür? Ja. Jawohl, Abkürzung ab. Ja, dann würde ich sagen, machen wir beim Bonfire kurz Pause, okay? Also, Schnitt. Ja, noch weiter gehen. Wir müssen nicht rasten. Äh, 29 Minuten haben wir schon fast 30. Ja, wir können gerne einen Cut machen, aber wir müssen nicht rasten. Okay, wo bist du? Hier unten. Gut, also, bleib stehen. Also, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mhm.